Musik Darauf haben Sie lange gewartet. Das ist die Sensation des Jahres, die Innovation 2012. Hier kommt das Multifunktions-Unterwässer-Set Herzilein. Die sanfte Mikro-Touch-Qualität kombiniert mit raffinierten Stoff-Aussparungen macht die Herzilein besonders atmungsaktiv. Damit machen Sie in jeder Lebenslage eine gute Figur. Selbstgemachter Marmelade setzen Sie mit bereits einem Herzilein in die Drohne auf. Da kriegen Sie selbst von Ihrer Schwiegermutter nichts mehr auf den Deckel. Herzilein überzeugt als herzhafter Überzug. Und Hausweißgummi in einem. Und selbst wenn die Marmelade längst passiert ist, zeigt Herzilein als zeitlos Zierdächtchen aus dem Zeitwort echte Haltbarkeit. Aber auch Schwiegelpappas Herz schlägt bei Herzileins Anblick höher. Rrrrrit. Deathdrink ist die perfekte Alternative zur ungeliebten Handysocke. Oder der neue ergonomisch geformte Fahrradzattelbezug. Oder der Lenkradschoner, der Uwe zum Verflügen machte, weil Sie dann garantiert ins Herz treffen. Die modebewusste Frau weiß Herzilein vielseitig einzusetzen. Sei es als Haarband, Modell Amazone oder als Destillator bei Royalen Hochzeiten. Oder als freche Weste im Kassi-Look samt praktischen Schulterpolstern mit möglicher Applikation. Herzilein ist modisches Accessoire und praktischer Flicken für abgeletzte Stellen. Knie und Ellbogen werden so und so Herzigen hingegangen. Selbst der medizinische Bereich hat Herzilein für sich gesetzt. Ein Augenklappe. Oder als Arschlinge. Herzilein ist ein großes Herz. Ich empfehle Herzilein auf Kassenschein. Natürlich eignet sich Herzilein auch für offenherzige Spielereien. Beim Seidringen oder Gummihüpfen macht Herzilein auch Kinderherzenfunk. Ganz nach dem Motto Feiererei mit Herzilein machen sie mit Hilfe der praktischen Einhängefunktion aus mehreren Funktionen und zwischen jetzt eine aparte und barbenruhe Party genannt.